Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Tür war immer verschlossen Da ist noch was Da ist auch noch was Oh Teddy Munitione Oh Vivianid Nie gehört Okay aber anscheinend ist sonst hier nichts weiter drinnen oder what? Na das war doch sehr lukrativ Ja Aber eigentlich wollte ich ja Ich wollte eigentlich ja zu Ich könnte mich jetzt so ablenken lassen Und könnte jetzt hier lang gehen Aber eigentlich sollen wir ja zum Duke zurück Und irgendwo war doch hier auch noch Hä? Habe ich nicht gerade eben noch Vielleicht erst mal raus Schreibmaschine Kirche Hier Da Ja uns fehlt noch ein Dietrich ne? Wir haben ein Dietrich Wir haben zwei Dietrich Ja? Oh na dann 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 ist er schon da Weißt du noch nicht mal wie ich da hinkomme? Einfach hier lang Oder halt? Ja und dann oben rinnt Ja Simply as fuck Ach ja stimmt Hier Hier war das Äh Weil ein Dietrich haben wir nämlich noch Schrotenmumdöl Nice Immer immer gern gesehen Oh ja das ist halt die Frage Wollen wir einen Abstecher noch mal beim Friedhof machen? Wer hängt denn da Töpf über den Bauch? Warum? Wo? Und wer schmeißt den Reifen da aufs Dach? Das ist so Ja also ich bin Alles aussehen wie Bosnien Alter Wobei warte mal Konnten wir hier nicht auch rein? Gab es hier nicht auch irgendwie so was? Hier sind wir nicht reinkommen Also war irgendwie Ich höre hier was Oh Weißt du ich kann mit Schrot mehr treffen? Oh Zwei erledigt Schade Äh Aber vorhin lagen doch nicht so viele Leichen hier Wo wir das letzte Mal lang gelaufen sind Ne 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 Da haben sich die Wölfe noch mal ein bisschen was zu essen mitgebracht Und haben noch mal gesagt Kleiner Snack für zwischendurch ne Halb 10 in Rubovuganien oder wo wir auch mal hier sind irgendwie Was mich eben auch noch komplett irritiert ist dass die Kirche Äh Rot ist und nicht blau Das heißt wir haben hier irgendetwas übersehen Ähm Ja so ein hier würde ich sagen So ein hier da oben ist ein Kristall Und ich höre glaube ich mal ein Ziel Äh was ist denn hier bitte passiert? Hallo? Ja jetzt haben wir das auch äh geklärt Was ist denn hier los? Na dann untersuch mal Möchte ich das jetzt untersuchen? Der Pastor hat mal ein bisschen die Krippen gekauft Ja Datum 9.02.2021 Protokolliert von NH 11.35 Ankunft Kein Anzeichen von EW, RW 12.10 Dorf infiltriert Begegnung mit mehreren Biowaffen Hinweis auf EW gefunden Aufenthalt von RW unbekannt 13.10 Basis in Kirche eingerichtet Weiteres Vorgehen LB, TD, K9 Durchsuchung des Labors NHUE Analyse der Pilzproben Alpha Infideration der Fabrik Also dürfte mir klar sein Was EW und RW ist Ethan Winters und Rosie Winters Wer jetzt natürlich EH ist Ich muss hier wieder wechseln Das ist jetzt noch ein Rätsel Weißt du wer EH ist? Evelyn irgendwas Ey ich weiß nicht Ich könnte dem Titel Also dem Titel traue ich hier jetzt alles zu Dass irgendwo Evelyn doch noch überlebt hat Und da eine Probe ist Aus der die die nochmal geklont haben Ey wirklich Keine Ahnung Könnte ich dem Titel hier auf jeden Fall zutrauen Okay Dann würde ich sagen Back to Duke Nein Nein lass die jetzt erstmal Da hinten ist aber noch ein Brunnen Echt ja Und Das hat natürlich die Frage Lohnt sich das jetzt? Lohnt sich ein Brunnen? Ja da hast du auch wieder recht Aber hier ist zum Beispiel auch dieses Schlosses Wir sind direkt da Na dann komm Geh ran Geh ran Komm Da ist auch noch ein Brunnen Siehste hab ich völlig vergessen Da ist auch noch ein Brunnen Ja ich weiß ich bin jetzt Ich bin glaube ich ein bisschen zu gierig gleich Aber Ist mir jetzt egal Äh Halskette Mit zwei Fassungen Ah ok Die dürfen wir noch nicht verkaufen So und jetzt gehen wir nochmal hier Nur mal kurz Nur kurz reingucken Hallo Das sieht ja auch nach einem sehr abgeschlossenen Areal an sich aus Irgendwie so ein kleines übersichtliches Areal Hoffentlich Na weh ist Ein Mausoleum jetzt haben wir Wääh Lass die Hühnchen jetzt in Ruhe Ok hast gewonnen Wo hast du überlebt? Obwohl du mich erschrocken hast Du kannst ja nicht die komplette Hühnerpopulation in dem Dorf auf Null dezimieren Eine Ziege Ok Mit dem mittleren Sarg können wir auch nichts machen ne Was ist das Ding, was in der Mitte steht? Ich möchte das Hühnchen erschießen Red nicht Da Nein ok So na gut Na dann doch zu Duke Ok Auf zu Duke Es sei denn Benny Es sei denn Stopp mal Es sei denn Diese fliegenden Viecher Bringen ja viele Lies ein Irgendwie Ja Ja Bringen sehr viele Lies ein Ja Und wir haben auch den Brunnen da oben Komm Na dann machen wir was noch fertig Und dann Ja also die 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 da hinten Die bringen richtig Kohle Wenn man sie denn trifft Koffe jetzt natürlich Dass nicht Irgendwelche Wehrwölfe Jetzt wieder am Feld sind Wir sind alle im abgebrannten Haus Lass uns doch da hin Immer vorsicht Zerber mal hier Lad mal erstmal nach Drei von denen Die sind doch auch alle neu Die haben sie wahrscheinlich alle neu aus dem Haus geholt Oh da sind die ganz verbrannten Wo bist du hin? Snap Warte Snap Warte Kannst du mal nachladen? Komm her Ja Ja Wie das ist Oh hier liegt noch was Bist du jetzt tot oder nicht? Geht noch Geht noch Jetzt bist du noch tot oder? Jetzt ist tot 1260 Neiß Das lohnt sich doch So Oha Guck mal Guck mal Guck mal was da auf den Stufen liegt Ja ja Hab ich gerade Gerade gesehen Luisa's Heizkette Hat die die nicht umgehabt? Da bin ich halt da Explosivgeschoss Das ist ja geil alter Also so sieht halt auch immer In jedem Resident Evil Teil Irgendwie Granatenmunition aus Magne Munition Aber so fett verziert noch zusätzlich Das ist natürlich schon ein bisschen witzig Irgendwie Okay Ich möchte gerne sparen Auf die Nein Nein Auf die Magnum Schwein Nein Ich komme da nicht hin Aber was soll denn das sein? Ich gehe von aus Da wird hier Den den ich aus der Luft geholt habe Irgendwie Ah Das ist die Frage Lass ich den jetzt in Ruhe Greift der mich wieder an Wenn ich hier durchgehe? Der wird dich angreifen Aber spring mal raus Wir werden sehen Okay Er hat Angst Kommen lassen Wenn du Angst hast Dann ist es okay Denn wenn du mich nicht angreifst Sind wir Kumpels Ich habe gesagt Wenn du mich nicht angreifst Drei Stück Ist jetzt nichts Okay Okay Dann Zum Juke Jetzt haben wir ja wirklich alles abgegrast Ja Auf zur Juke Dann sitzt da schon eine dicke Zeremonie Meister Na und? Etwas herausgefunden? Hab das gefunden Nun sagen sie mir Wie ich das in Ordnung bringe Ganz ruhig Erst musst du mit diesem Schlüssel Die anderen Flakons mit Rose finden Wo sind die anderen? Es gibt vier insgesamt Einen hast du Die restlichen haben die Grafen Grafen? Mutter Miranda ist die kalte Egoistische Herrscherin Dieses Dorfes Ihr dienen die vier Grafen Eine von ihnen kennst du bereits Lady Dimitrescu Die zweite lebt tief im Nebel des Tals Die Puppenmacherin Donna Beneviento Keiner ihrer Spielgefährten Hat das modrige alte Anwesen je verlassen Der dritte ist Moreau Ein sonderbarer Zeitgenosse Der im Stausee bei den Windmühlen wohnt Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben Der vierte und gefährlichste ist Heisenberg Er arbeitet in der Fabrik Außerhalb des Dorfs Was er da macht Sagen wir Manche menschliche Fantasien Sollten Fantasien bleiben Das ist ja doch schon Etwas größeres Areal Du Kacke Oh Gott Also hier haben wir es schon erledigt Heisenberg Versuch mal einzuzoomen Wenn du deine Tochter wirklich retten willst Musst du alle vier Flakons finden Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen Ich bin sicher sie werden dir von großem Nutzen sein Warum helfen sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice Lass dich bald mal wieder blicken Okay Eine von vier Flakons Achso Map, warte Er hat doch jetzt irgendwelche Truhen angezeigt Das hier haben wir schon Das war Luisas Halskette, ne? Ist das gewesen? Ja Warte mal, wir können ja gucken Luisas Erbstück, genau Du kannst aber auch, wenn du jetzt runter gehst Quasi, also durch die andere Tür Gehst vom Zeremonienplatz Musstest du eigentlich auch unten rankommen Ah Ne Doch, also über den Ostteil Genau, da durch, runter Runter Ja Die kleine Brücke Richtig Dann kommen wir mal ausprobieren Aber vorher gehen wir erstmal hier ein bisschen verkaufen Und einkaufen Oh, ich weiß da was Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir Aha Äh Aha Reuterfisch Aha Gut, wir können fischen Jetzt ernsthaft Wir haben den Fisch voll verkauft Ja, macht er nichts Wir werden schon welche finden wieder Ah Sag mal, ob ich das richtig verstehe Irgendwie Sollen wir dem Typen Essen machen? Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität Glaub mir, mein Freund Er macht daraus Essen Und wir kriegen dann das Essen Was denn quasi hier unten die Belohnung ist Also wir nehmen es ja nachher zu uns Können wir ja hier bei dem Können wir aber stärker geringfügig Können wir das zum Beispiel machen Können wir ihm jetzt hier sagen Okay, du kriegst jetzt schon mal Äh, zwei Fisch Oder nicht, äh, Geflügel Dann besorgen wir noch Fisch Und dann müssten wir eigentlich unsere maximale Gesundheit stärken geringfügig Dann müssten wir eigentlich so ein bisschen Bisschen mehr Leben haben Aber eigentlich würde ich ja eher Ne, Schaden nicht Ich würde Das da nehmen Aber da ist dann wieder die Frage Was ist saftiges Geflügel? I don't know Ist ja auch erstmal Gucken wir uns mal später 20.800 Nice Prächtig Was das wert ist Prächtig So Beachte mich gar nicht Weil Keine neuen Sachen, ne? Ne, aber wir haben eine neue Waffe Und zwar die hier unten Ja, natürlich Ich mache irgendwie Also alles, was ein bisschen mehr Damage macht Macht Sinn Mit Vergnügen Keine wären ja halt auch nicht, äh, schwächer So, Magazinkapazität würde ich auch nochmal nehmen Mit Vergnügen So, können wir denn bei dem Ne, bei den anderen können wir nichts machen, ne? Hier hätten wir noch Feuer, Warte, Nachladegeschwindigkeit Hier könnten wir nochmal ein bisschen Damage reinklatschen Wobei die wirklich schon Die macht schon gut, gut Damage So ist nicht Uh, Magazingröße neu Ist natürlich auch nicht schlecht Na komm, 10, komm, wir haben 46 Komm rein Moment, bitte Ja, dann ist halt die Frage Naja, so eine Limie würde ich jetzt natürlich nur schnell investieren Wenn du jetzt anfängst In die, ähm Ja, ja, weil die würde ich jetzt nämlich auch in die Schnellauswahl packen Dann macht das Bis nächstes Mal Ja, bis nächstes Bis nächstes Mal Schnellzugriff Und zwar dahin So, du hast gesagt Wir gehen jetzt hier rein Also sprich Richtung Ostteil Würde ich jetzt mal probieren Passt nicht Jetzt musst du das Ding wieder demontieren oder was? Oh, der Vierflügel Passt nicht, die Tür ist mit einem Viergeflügelten Wesen dekodiert Äh Jetzt für mich jetzt Hallo Viergeflügelter Schlüssel Okay Hm Ich guck mal, ob ich die Tür öffnen kann Weil Hier Es ist ja Sind es die Flügel Und da Sind es ja nicht nur die Flügel Sondern auch das Innenleben Genau Weil Das Baby ist jetzt hier zum Beispiel Bei uns nicht mit dabei Ah, okay Das heißt, uns fehlt ein Teil Okay Okay Haben wir nicht noch irgendwelche Brunnen oder so Die wir noch irgendwie erkunden wollten oder so? Mann, oh Ah Warte mal, hatten wir nicht aber noch ein Hier? Ach nee, da kommen wir ja nicht hin Da kommen wir ja nicht hin Könnten wir jetzt eigentlich mit der Kurbel? Nee, können wir nicht Ja, ja Ich wollte gerade fragen Womit der Kurbel irgendwie die Brücke Der schläft noch Oh Irgendwas höre ich hier Wie meine Tümpelunke Ach, hei Oh, oh, oh Oh, man, schaut ja Plätze an Jetzt weiß ich, warum ich die Viecher immer abschieße So, so, geil, dass da immer ein Hockey ist Irgendwie, als wenn das um Gott trinken würde Ja, das ist für mich so ein Einfach so ein Sicherheitsaspekt Bei Games mache ich das immer Egal, welche Oh Gott, was ich da spiele Ey, ab dem Moment Ey, Steve, willst du weiter spielen? Okay, wir guckenIEL Oh Gott, wir gehen Vielen Dank.